Der Ausbau unserer Eroberungen geht weiter. Lass mal die Zeit weiterlaufen. Es fehlt ja Einfluss, den brauchen wir dringend. Konstruktionsschiffe sind eilig eifrig unterwegs, um hier alles auszubauen. Flotte wird auch wieder vergrößert in Trappist. Erkunde hat er erreicht, okay. Lasskornisch ist gleich angekommen, dann können wir den nächsten Planeten in Angriff nehmen. Was ist mit dem hier? Können wir den terraformen? Ja. Kontinentale Welt. Systemsurvey complete. Systemsurvey complete. Kurze Pause. Die alle umbauen. Die sind noch alle am Arbeiten, dann kannst du weitergehen. Zwei Forschungen abgeschlossen. Einmal die Hydro-Kultur-Farm, super. Ermöglich die Beseitigung von Sumpf, das brauchen wir. Wie sieht es hier aus? Panzertorpedos, Explosivwaffen. Feuerrate und Schaden können wir holen. Oder den noch mehr Mineralien. Finde ich persönlich am besten. Ich ist immer persönlich, ich weiß. Ja, das kann weiter. Was fliegt? Ne, da wird schon gebaut. Okay, dann fliegst du da hin und baust da Bergbaustationen. Gut. Bei 30, da können wir schon bald wieder den nächsten Planeten besiedeln. Wie sieht's aus? Denen fehlt Gas. Die können gar nicht weitermachen. 10er, ein 12er. Hier ist eine Wüstenwelt. Können wir die schon? Natürlich in die falsche Richtung. Ich sollte warten, bis da die Kolonie established ist und dann gucken, ob ich den hier kriege. Kolonisation in progress. Konstruktion complete. Was ist das hier noch? Konstruktion complete. Wir sehen uns noch 32. Okay, eben die Konstruktionsschiffenanweisung weiterzuarbeiten. Das kann hier nochmal eine Forschungsstation bauen. Wo bist du? Da unten bist du schon. Dann bauen wir mal hier eine Bergbaustation hin, dann kriegen wir wieder seltene Ressourcen. Vielleicht soll ich dann mal in den unteren Raumhäfen. Das ist schon eine Kontinentale, wir brauchen ja nichts weiter machen. Ein paar Kolonien Schiffe hinsetzen. 44. Bedeutet, wir können hier bald weitermachen. 21 fehlt uns noch. Geht jetzt echt gut schnell voran. Gut und schnell geht's voran. Wir sind jetzt aber auch an unser Limit gestoßen. Wir müssen jetzt also langsam... Hier müssen wir uns dafür sorgen, Wir können immer noch nicht... Wir können nicht welche umsiedeln. Es sind noch solche Viecher. Hier sind zwei. Erstmal können wir hier die Ausbauten... Anstoßen. Heißt, wir haben genug, damit sie schnell wachsen. Das doof ist, dass ich hier halt nichts weiter bauen kann. Dann fahren wir halt noch sowas hin. Und machen da den nächsten Sektor auf. Wo geht das? Neuen Sektor erstellen, genau. Ich weiß, welcher war das jetzt. Das ist unser neuer Sektor. Und der kriegt natürlich auch... ...einen Führer. Da können wir jetzt wieder ordentlich was reinpumpen. Und haben erstmal wieder Ruhe. Der kann seinen Sektor in Ruhe ausbauen. Situation log updated. Wer wurde... Och nee. Ich hab auch keinen... Ich könnte jetzt den vom Forschungsschiff nehmen. Oder rekrutieren. Materialien. Muss ich in den sauren Apfel beißen? Und kann nicht gleich weiter ausbauen. Research complete. Beseitigung erforscht. Dann können wir jetzt hier Treibsand... Construction complete. Gut. Jetzt brauchen wir erstmal... Müssen wir gleich wieder tauschen. Gegen Energie. Damit wir da die Sachen entfernen können. Und in den Sektor einfügen. Gleich zwei, genau. Eine Kolonie. Dann versuchen wir gleich nochmal zu handeln. Mit den Mimata. Credits gegen... Mineralien. Tileblocker cleared. Construction complete. Construction complete. Da kann ich keine bauen? Hä? Achso, wir haben keine. Jetzt geht's wieder. Puh, Problem. Unsere Sektoren sind voll. Ich würde den eigentlich ungern... ... und den zum Entwickeln überlassen. Wo ist der? Da hinten? Da hinten? Weil den könnte ich ja... So, ersetzen. Und dann könnte ich ihn reinschieben. Versuchen wir das mal. Doch, geht. So, jetzt muss man noch in die Sektorverwaltung reingehen. Weltraumkonstruktion dürfen sie machen. Koronisieren nicht. Feldressourcen. Ausgeglichener Fokus, genau. Lassen wir so was mal. Damit habe ich kein Problem, wenn der jetzt gleich in unserem Sektor dazustößt. Jetzt habe ich den damit reingenommen. Ja, dann gebe ich ihm halt das Recht. Ach, Mist. Machen wir es so. Dann kann ich da aber auch wieder weitere hinzufügen. 34. Heißt, wir können uns weiter ausbreiten. Zehner und Zwölfer. Was kostet das hier hinten? 73 fehlen da. Hier? 61. Wie sieht es hier aus? 47, das würde eher gehen. 55, dann warte ich noch ein bisschen. Habe ich hier schon Terraforming in Auftrag gegeben? Nein. Habe ich noch gar nichts in Auftrag gegeben? Dann müssen wir es mal machen. Okay. 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 Das raus, dann bauen wir noch ein paar mehr Bergbau-Netzwerke hin. Und statt denen bauen wir auch Bergbau-Netzwerke hin. Die haben ja genug Nahrung. Das sollte kein Problem werden. Mal gucken, was der dann mit dem Planeten macht, wenn er fertig ist. Gut, Raumhafen wird gebaut. Dann sieht das da gut aus. Hier wird er auch schon gebaut. Hier habe ich noch nichts weiter gebaut gehabt. Xeno-Reservat. Naja, bestbrauch. Gut, sind die erstmal versorgt? Konstruktionsschiffe sind am Bauen. Sollten wir uns hier um die nächsten Welten kümmern? Wie sieht es denn hier aus? Xeno-28. Das ist vielleicht eine gute Wahl hier, der Planet. Können wir uns viel Raum sichern. Ein Konstruktionsschiff ist auch noch Arbeit. Hier unten das. Bauen wir uns da noch mal was hin. Wir können wieder was. Treibsand können wir jetzt wegmachen. Gewaltige Gletscher wäre vielleicht auch nicht schlecht. Oder Rekrutierungskosten für Anführer. Aber Gletscher geht schneller zu erforschen. Schon wieder ein Konstruktionsschiff fertig. Dann bauen wir da eine Forschungsstation. Wir haben wieder das Forschungsmandat erreicht. Dann bauen wir da noch ein paar Bergbaustationen hin. Hier könnten wir noch mal ein paar Schlachtschiffe dazu bauen. Oh, dadurch haben wir ja wieder mehr. Genau. Dadurch können wir hier die Planeten. 14er, 19er, 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 24er. Der hier ist interessant. Mal den nehmen. San Fernando. Zack. Wir haben uns um den gekümmert. Gut, da ist schon eins hin. Vielleicht noch hier auf die tropische Welt. Oder den erst. Nehmen wir hier eins. Dann haben wir die zwei erledigt. Super. Er ist weit entfernt. Da fehlen noch 21. Gut, der hat die nächste Stufe erreicht. Das hat die Konstruktion erledigt. Dann baut es da gleich noch eine Forschungsstation. Das wäre echt cool. Gibt es da keine Automatik für? Dass sie einfach automatisch im eigenen Bereich die ausbauen? Würde viele Klicks erleichtern. Können wir hier noch was bauen? Den Raumhafen können wir verbessern. Dann baut da weiter. Was schlägst du denn vor? Bestimmen. Das ist okay für mich. Er ist gleich fertig. Können wir hier nochmal den Raumhafen verbessern? Wie sieht es hier aus? Da haben wir schon verbessert. Dann können wir jetzt ja hier anfangen. Observatorium. Dann fehlt uns erstmal wieder Mineralienzeugs. Oh, ganz wenig Energie. Kann ja eigentlich nicht sein. Gehen wir nochmal auf die Oberflächen. Da wird ausgebaut. Da wird ausgebaut. Entfernt. Achso, haben wir nichts für. Irgendwelche Floppen nochmal zusammen. Hier können wir nochmal einen draufsetzen. Kann ich hier vielleicht am Raumhafen was ändern? Das ist der Unterhalt. Genau. Wer Kreuzer werft, machen wir da nochmal Besatzungsquartiere hin. Dann schicken wir unsere gesamte Flotte dahin. So, Forschung war erledigt. Wir können Gletscher beseitigen. Ministerium für Milch-Tätigkeit. Sektor-Limit plus eins. Sektor-Limit plus eins. Der Riesensektor. Hier der zweite Sektor schon. Wir haben eine nächste... Unruhe niedriger. Müssen wir als nächstes nehmen. Wo bist du denn? Du bist da unten. Da wird schon gebaut. Und bau doch hier Energie. Energie können wir gerade gebrauchen. Vielleicht sparen wir ja welches ein. Du musst auch Energie bauen. Hier. Komm. Müssen wir wieder ins Positive kommen. Zack. Jetzt sind wir wieder im Positiven. Hervorragend. Oh, jetzt gehört mir schon ein ganz schön großer Teil des Raums. Wir können wieder kolonisieren. Überlegen, ob wir den hier als nächstes nehmen. Wollen wir dafür ein Kolonieschiff irgendwo? Nein. Lass uns da eins bauen. Dann hätten wir das auch erledigt. Da unten werden ja schon zwei gebaut. Verdammt. 19er. Welcher hat er da gebaut? Auf welchem hat er gebaut? Okay, ihr gebt uns ein Forschungsabkommen. Und wir geben euch Credits und Mineralien. Oh, von mir aus. Bauen wir da nochmal Bergbaustationen hin. Das ist hier ärgerlich mit den Caldari. Die bauen da so weit aus, dass wir da die Planeten nicht mehr kolonisieren können. Vielleicht klappt das ja doch noch. Bin ich jetzt mal gespannt. Weil ist ja eigentlich deren Raum. Konstruktion complete. Der Minus. Bergbaustation. Lass mich jetzt mal wissen, ob das klappt. Systemsurvey complete. Sieht gut aus. Und. Los. Kommt schon. Baut sie. Was warten die? Was warten die? Sehr gut. Organisation in progress. Ausgezeichnet. Dann können wir vielleicht hier nochmal. Wir müssen uns jetzt diese Planeten schnappen, bevor er es tut. Wir müssen uns jetzt hier zur Verbindung. Kolonisieren. Karos. Karos. Wir haben hier irgendwo Karos. Alrak. Da müssen wir wieder einen. Abgeben. Klar, dass die Kaldarii hier auch in der Mappe haben wollen. Wie sieht es hier aus? Da können wir endlich den Auftrag geben. Und. Detailblocker clearen. Dann können wir ihn auch entlassen. Das Konstruktionsschiff hat es auch erledigt. Dann kann er es hier weiter bauen. Ja gut, dass das hier unten noch geklappt hat. Müssen wir noch versuchen, möglichst viele Planeten einzunehmen. Den kriegen wir ja noch dazu. Wäre gut, wenn wir hiervon noch einen kriegen. Und hier einen. So dass wir verbinden. Und uns dann hier hinten den Rest noch holen. Das Reich einfügen. Untertitelung.